Tina und Sonja Knoll. Und meine Damen und Herren, wie bereits erwähnt, lachen trockenen Tränen, feiert heuer sein 10-Jahr-Jubiläum und ein ganz besonderer Gönner und Sponsor hat uns dafür eine Torte geschenkt. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten von der Bäckerei Schieder aus Völkirchen. Den Inhaber Norbert Schieder bietet zu mir auf die Bühne begleitet den Applaus. Die Bäckerei Schieder ist ein Unternehmen, das uns genau seit 10 Jahren hier bei dieser Veranstaltung unterstützt und dafür bekommt der Herr Bäckermeister Schieder eine Ehrenurkunde, ein recht herzliches Dankeschön und wir bedanken uns bei der Bäckerei, wie gesagt, mit einer Ehrenurkunde, überreicht vom Initiator Peter Kowal. Und das süße Geschenk, das werden natürlich nicht.